Zu Tierdom-Törn, Clowns, Jong-Learn und Trapezartisten werden in dieser Woche die Kinder an der Grundschule Ofen. Für die Kinder ist die Woche mit dem Mitmachzirkus Eldorado der Höhepunkt der Feiern zum 425-jährigen Bestehen der Schule in Ofen. Seit Montag steht das Zirkuszelt auf dem Bolzplatz hinter der Schule und schon jetzt können die Kinder viele Tricks mit den Zirkushunden, den Ziegen oder den Lamas üben, bauen als Akrobaten Pyramiden oder lassen geschickt die Plastikteller auf Stöcken rotieren. Jeweils die Hälfte der Kinder ist im Zirkus und die andere Hälfte im Unterricht. So haben die Zirkusprofis genug Zeit, sich um alle Kinder zu kümmern und die Lehrer können dafür sorgen, dass auch der Schulstoff nicht zu kurz kommt. Und natürlich üben die Kinder nicht nur für sich. Am Freitag um 15 und um 18 Uhr gibt es jeweils eine große Zirkusshow für Eltern und Familie. Vormittags sind außerdem die Kinder aus dem Kindergartenofen zur Generalprobe eingeladen. Und der ist ein tertar Helsinki ges Universalprobe eingeladen. Vielen Dank.